So, jetzt sind wir hier in irgendein kleinen Örtchen. Wir haben uns wieder verfahren und haben gesagt, oh, da sind wir voll auf so eine Kirche zugefahren. Alter Verwalter, das Wetter ist geil. Wie ist das Wetter? Gut, schlecht. Ja, natürlich. Das Wetter ist schlecht. Was essen die dann? Das. Ja, ja, wenn die Chios essen, klatzen die und spucken Feuer. Und dann sind wir voll auf so eine Kirche zugefahren und haben gesagt, da könnten wir eigentlich gleich mal anhalten, wenn wir uns sowieso schon verfahren haben und uns das hier angucken. Alter Falter. Alter, ist das der Hammer. Vor allen Dingen so drauf zufahren? Wahnsinn. Und jetzt die Seite, von der wir gekommen sind, ist ja mal der Hammer, 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 Hammer Scheiß hier. Aber ich würde es noch nicht zeigen. Beziehungsweise, ich drehe jetzt mal um. So, wir gehen jetzt mal auf den Vorplatz und du kommst die Straße entlang, diese hier. Von da sind wir gekommen. Ja. Und wir hätten da hinten... Was soll ich machen? Ich will dir noch einmal filmen und fotografieren, weil die so genial aussieht. Du kommst in diesen kleinen, unscheinbaren Ort hier an der D3. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Ah, ist aber die D3, Schatzi. Also sind wir hier richtig? Nee, oder... Ja, dieses hier ist die D3. Papa, was machen wir jetzt? Stehen wir doch richtig. Pass auf. Was machen wir jetzt? Und du stehst dann da. Ja, okay. Wir haben uns verfahren. Warte mal. Wir haben uns verfahren. Und du fährst diese Straße entlang. Geh mal zur Seite, bitte. Und dann kommt das hier. Es ist unglaublich. Und du denkst dir von Weitem, was ist jetzt los? Dann kommst du immer in der... Alter Verwalter. Das ist der Knaller. Der Knaller. Mami! Mami!